UNTERTITELUNG Radiii Das ist für keinen gut Walle, wir können hängen Okay, JETZT Okay Achso, für den Fall, dass wir Peng Buzz Aufnahmen nehmen, ist das natürlich total hinfällig, was ich da grad gezeigt hab Ich hab da danach gezeigert Ja, ich kann ja sonst auch Lock schon Ey, er bewegt sich wieder Nein Ich bin raus Der springt einfach nur oben rüber Ja, Tag ist so gesehen, man darf den Ball nicht berühren Ja, warte Die Farbe ist egal Ja, der macht Bei jedem Schaden Das ist das Im Endeffekt, dass ich Deine eigenen Welle aufstreffen kann Scheiße Halt Halt ihn Halt ihn Halt ihn Oh, scheiße Halt ihn Halt ihn Halt ihn Halt ihn Halt er Halt ihn Halt ihn Halt ihn Ich bin zu unfähig für das Spiel, ey, ich meck' grad schon. Oh, ich wollte was einstellen, und zwar... Mein Headset hat piept, muss doch mal gleich an Strom anschließen. Jetzt weiß ich, warum das Spiel die ganze Zeit so laut war. Vielleicht hätte ich doch nichts einstellen sollen. Oh, ihr zwei. Dann zeigt mal eures Spiel. Und er steht da und grinst, die Sau. Ja. Oh, naja. Ich hab mich schon gewundert, wie du den von hinter dir richtest, ne? Oh, 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 oh! Ich hätte mich gleich umgedreht. Oh Mist! Jetzt hätte ich mich umgedrehen sollen. Ja, aber lass mal, lass mal... Das heißt Remerge, ne? Ja, aber lass mal ein Take. Ich höre euch gerade nicht. Ist mir egal. Wunderschön. So. Jetzt höre ich euch wieder. Dinge geschehen. Warum hat Piggy auf Quit gestellt? Weiß ich nicht. Du kannst ja wieder dazukommen. Was soll ich denn diesmal ändern? Äh... Na wieder einmal, ne? Du kannst auch so joinen. Warte, ich könnte nochmal ihm einladen. Du es nicht! Du es nicht! Du es nicht! Warum? Ste-Stiriff 128! Komm, Walle! Komm! Beachball 128! Go! Alter! Okay! Das geht gleich so ab! Ready! Alter! Alter! Das- Alter! Junge! Bam! Juhu! Bam, Juhu! Der fliegt einmal komplett um die Welt, ey! Hier wird mal Deckung! Der haut einfach die Tür links und rechts weg! Komm, ich mach jetzt Connection los, bitte! Nee! Nee! Jetzt hier! Jetzt! 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 Alter! Jetzt geht's ab! Jetzt geht's ab! Wie frisst der denn jetzt schon ab? Juhu! 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 Was ist geht mit dem ab? Juhu! 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 Der hat ne feste Geschwindigkeit, das ist völlig egal, was für ein Modificator der steht. Ach du Scheiße! Der ist immer, also halt in dem ersten Meter fix, und dann nimmt der sehr schnell an Geschwindigkeit ab. Au! Ja! Ja! Ich hab meine erste Runde heute gewonnen! Juhu! Ah, geh weg hier! Dabei wollen wir's doch noch! Oh! Nein! Na wieso? Ich wollt weglaufen! Ich will das in Ordnung! Juhu! 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 Ja, aber ich vergesse immer den... NEIN! Ja, komm! Hahaha! Zu langsam! Zu langsam einfach! Auf! Lass dich ins Fressen! Ram. Ram. Ram, 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 Ram. Ich hab hier nur noch zwei Leben! Alter! Ich lauf bei euch! Jetzt lauf mal weiter! Wir machen ja gar nichts mehr! Warte, warte, warte! Wir haben einfach was trinken! Toll! Ey, du bist so'n Büler, ey! Ah! Ja! Was zur Hölle! Und lauf gegen! Alles klar! Spiel ist vorbei! Ja, mach da mal weiter! Danke! Au! Alter! Au! Nein! Hu! Ah! Big Ball kann ich einstellen! Rematch! Ach, das kannst du jetzt erst machen! Jetzt kann ich erst reinstellen! Das werde ich auch gleich mal machen! Big Ball! Ja, aber dann! Aber! Ähm! Gehen wir wieder in die... Ja! Mach mal auf... Mach mal auf 4! Hä? Ist dir sicher? Was? Okay, ich mach auf 4! Ja! Ich mach auch ein bisschen mehr Leben, weil sonst ist das echt gleich vorbei! Komm, wir machen eine komplette Ledge-Runde! Ledge-Only! Komm, Peng machs! Ledge-Only! 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 Big Ball! Speed auf 4! Stocks auf 12! Aber das ist doch MEIN Charakter! Ihr seid doch... Deiner! Muaah! Muaah! Wir weinen jetzt nicht! Glaub ich da gar nicht, doch oder? Pff! Hilfe! 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 Scheiße! Ah, ich bin blau! Schon mal gut zu lassen! Alter, du Fresser! Das muss alles sein! Nein! Auch wenn er mich nachmacht, der Affe! Pff! Walle! Glaub mir, du hast da kein Patent drauf! Frag mal Johnson! Das mach ich auch schwierig! Vor allem mit, äh, Switch ist das cool, weil der prügelt den Boden dann immer so! Jaaaah! Pff! Auf den Kopf kaum! Ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin meistens! Das ist so ätzend! Bin ich schon raus? Ich bin raus! Ich bin raus! Oh, fuck! Ich weiß es nicht! Ich bin raus! Ich bin auf jeden Fall raus! Ups! Ach, ich bin der mit dem roten Jäckchen hier! Alter! Komm! Hey! Ich bin noch drin! Aua! Alter! Fick dich! Nice! Wow! Wow! Äh, nein! Das fliege auf den Busten! Hahaha! Hahaha! Massen-K-O-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R! Hahaha! Du weißt aber nix! Nein! Warum schnull ist er? Warum? T-Packing! Uh! 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 Ich bleib jetzt hier! Du weißt das, was bei Life Sweeper rede, ne? Als du das sagtest! Ja! Alles ist Looper geworden und niemand wurde verletzt! Sieht man! Äh! 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 Das ist doch... Los! Schlag ihn! Verdammt! Was hab ich jetzt hier? Äh, was? Nein! Hahaha! Wenn du sie... Nein! Nein! Kopffluss! Aua! Ah! 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 Ich bin raus! Das verwirrt mich einfach so! Aua! Bam! Oh! 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 Das... Nein! Ich find es extrem schwierig sich daran zu gewöhnen in welch... also... Zu wissen in welche Richtung man gerade schlägt! Ja! Das ist das schwierigste am ganzen Spiel! Ja! Na ja, die in die du drückst! Ja! Nee! Eben nicht! Also... Nicht immer! Nein! Achso! Wo du... Ähm... Ach! In welcher Richtung du mir im Ball hast! Ja! Genau! Wenn ich mich nämlich von der Wand abstoße nach links bewege und das nicht getan habe, dann bin ich immer noch... äh... schlage ich immer noch nach rechts und das ist mir gerade eben nicht zu fängnis geworden! Ja! Leck mich doch! Was macht ihr da? Das geht bei euch ab, ey! Fängt der Spieler an! NeShotack and LaShotack Hey! Waaahhh! Dusch! Das geht bei ihm mike! Waahhhh! Wuh! Zu ersch, ey! Alter... Aber wir haben ihn doch nicht großartig erhöht in Geschwindigkeit! Wir haben ihn ja immer nur gerade gehauen, das war auch irgendwie langweilig Achso, ähm, was das, was das Kontern angeht, das, das Timing für den Konter wird euch angezeigt, unten. Echt? Die, äh, Leiste, ähm, ich mein, zu Anfang sieht man's nicht, nein, aber dieses, dieses, dieses quasi, dieses Soundlevel quasi, diese Stufen, ähm, gehen leer, da sobald einer, äh, den Ball anhittet und sobald die voll sind, ähm, lässt er den Ball los, fliegt der Ball. Das heißt, in, kurz vorher, kurz bevor der voll wird, hast du ein Fenster, in dem du den Schlag machen musst, damit du den übernimmst. Keine Ahnung, guck ich nicht drauf. Ich bin Mann, ich kann nicht so viel gleichzeitig sehen. Da hast du auch wieder recht. Naja, nicht wieder 128, das hatten wir doch vorhin schon. Ja, mach doch mal, wollen wir mal, wollen wir mal, ach, lass doch mal Dingens machen, ähm, ähm, äh, ein ganz anderer Spielmodi, das mit den Toren, ja. Oh ja, warte, äh, oh, war das Strikers? Äh, welche gibt's denn, es gibt Team und, äh, Strikers, ja, müsste es dann sein. Strikers war das, okay. Warte, dann mach ich jetzt wieder auf normal. Nur auf 16 ist in Ordnung. Ja, 16 ist in Ordnung. Okay. Mit wem mach ich? Ich mach mit Pyggy, zusammen gegen dich und, pengen was. Pengen was. Na toll. Hat jemand etwas gegen die Teams einzuwerden? Ich hätte was dazu gegen einzuwerden, wenn ich gegen, Walle und Chrome gehen würde. Nein, das wollen wir nicht, das wäre so super gut. Pyggy, wolltest du auch mitspielen? Nein. Wärts nicht kategorisch. Kick. Okay, wir müssen das Tor beschieben, das heißt, wir müssen jetzt das... Oh, oh, der Penhard, wie ein scheiß Charakter. Wen hab ich? Ah, wir müssen also... Oh, nee, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Doch, wir müssen den Ball da rankriegen. Mit dem Beach Ball ist das am geilsten. Oh ja. Das ist einfach ein wunderschönes Beach Ball. Nice, Rup. Sieh, Arsch. Nice. Nice, nice. Nein. Nice. Bam, bam. Seine. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Tor. auf%. Wow. behe. Ch cents Google. Habe ich jetzt einen Ballkontakt gehabt? Nein. Ja. Know bisschen. Spreng doch. Ich guck auf diese komische Leiste, oder was raus. Die Geisel guck in groups, im Ball ein. Nein danke, geht doch. Aber den hab ich falsch eingeritten, reset. Ja, du musst mal was machen hier, ne? Das kann ich alles nicht tun Nein! Jawoll! Der war zufickst! Den hab ich nicht gesehn Sonne Scheiße Sehr schön. Soll ich hier sehen Was zieht ihr denn da so? Oh, oh, oh Oh, oh Hallo? Hallo? So, wenn man nach unten drehen wir alle, was ist? Fick dich! Tor! Nice! Ah, kack! Nein! Ist ja nicht so, als wenn einfach hochhauen und dann gerade hauen. Denk mal hast du beim Tor, du sollst schon springen. Das haben wir nicht abgesprochen. Eine wunderbare Taktik, das gefällt mir. Ich springe hoch! Nein, der hat abgeblockt, der Penner! Ich bin hochgeblockt. Also, ich finde, die Teams sind voll ausgeglichen. Ähm, wenn der Ball auf ihn zukommt. Ah, siehste. Guck mal, wir haben beide fünf Tore gemacht. Also, hey, läuft doch. Ja. Ich habe eins. Guck mal, jetzt sind die Teams gewechselt. Ach du Scheiße. Ernsthaft, Walle? Ernsthaft. Ach komm, dafür nehme ich den auch. Okay, wenn das so ist, dann nehme ich den. Warum? Also, Pengbas, wenn du mich das jetzt hier alleine machen lässt, dann wird das nichts. So wie bei Walle, das ging ganz gut. Ja. Außerdem muss ich jetzt gleich los. Letzte Runde. Boop, 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 boop. So. Hi. Welche Farbe sind wir überhaupt? Ihr seid rot. Rot. Ach ja. Tor 1-0. Nein. 1-1. 1-1. Komm Walle, wir halten uns. Wir haben uns den einfach selber weiter. Okay. Ja, fuck. Komm. Komm, los. Das geht nicht. Noll, noll. So krass. Ja. Wuhu. Ah. Pengbas. Dein Job. Verdammt. Ich muss im Übrigen. Ja. Jawoll. Komm, heult nicht. Ja, Mann. Ja, Mann. Schön. Boah. Ähm. Ich kann halt nicht in der Luft stehen bleiben. Schlecht zuerst. Äh. Nein! Der schönes Tor, der schönes Tor. Timing verkackt. Äh. Ich spür mal daneben. Was ist denn los? Ja. Ja. Hey, sehr schön. Oh. Oh. Komm schon! Nein, Timing! Woah, alter! Woah. Nein, nein, nein! Alter, du schließt nur und nix für... What the... Nö... Yehihiii... Wuhuu... Ah! Okay, ich hab grad festgestellt... Ich kann einfach jetzt... Ich hab schon da gefahren... Wuhu... Na, du wach, ey! Mein Weaver Torschi ist voll an... Wuhuu... Wuhuu... Ach ja... Wuhu... 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 So... Ja, dann mach mal Ende, wa? Ja, mach mal Ende... Tschüss... Tchooiii... Tschoiiii... Tschüss... Abonnieren... Guckt in unserem Switch-Stream... Und so, da machen wir das auch... La... Switch-Stream? Switch! 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 Switch... 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 Vielen Dank.